Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der AMA News. Diesmal erklären wir dir, wie du ganz einfach aus dem Dilemma rauskommst, dass Schwankungen im Suchvolumen existieren, dass die Klickpreise gegebenenfalls sich ständig ändern oder du sie ständig ändern möchtest. Und da wollen wir dir heute eine ganz einfache Hilfe mitgeben, wie du im Advertising so richtig schön auf Angriff schalten kannst. Davor natürlich die Bitte, Kanal abonnieren und Glocke klicken, damit du auch immer informiert bist, wenn neue Videos kommen. Und diesmal absolut unabdingbar die MLIs Browser Extension, denn mit unserem ASIN Extractor wird das alles, was ich dir jetzt gleich zeige, super, super einfach. Ich zeige euch das jetzt auch direkt, aber erstmal müssen wir ein Problemverständnis entwickeln. Tja, da ist so ein ganz einfaches Produkt, einer der Bestseller des Prime Days, der Insektenstichheiler. Und es ist ja nun mal so, dass es da Produkte gibt, die dazu passen. Zum Beispiel ein Kühlpad. Und jetzt ist natürlich fraglich, wie schaffen wir es denn für einen Insektenstichheiler, auch nur ansatzweise für dieses Keyword, eine Relevanz zu erzeugen. Wie wollen wir gegen den angehen? Wir haben einen anderen Preispunkt. Die ganzen Suchen in dem Bereich sind fokussiert auf dieses Produkt und nicht auf ein Kühlpad, was auch Juckreiz und Schwellung lindern kann, aber meistens ja eher ein Zukaufprodukt ist oder eine nachgelagerte Suchintention betrifft. Und da wollen wir doch mal sehen, wie wir das schaffen. Genau dasselbe Beispiel, nur nochmal um die Ecke gedacht. Wenn die Leute etwas mit deinem Produkt zusammen kaufen, dann geh den Kunden doch hinterher. Aber wie wirst du denn relevant für Migräne, Kühlmaske? Willst du da jetzt wirklich erscheinen, dass der Kunde beide Produkte sieht und dann sagt, ja, ich kaufe das eine, ich kaufe das andere und musst du ja erst mal Migräne und Kühlmaske bei deinem Content hinterlegen. Du verlierst Relevanz für deine anderen Keywords. Du machst zu viel Wurststuffing von Cross Potenzial und das wollen wir nicht. Das können wir auch meistens gar nicht oder es würde sehr viel Aufwand oder Geld kosten. Aber was wir können, wir können detaillierter auf die Produkte gucken. Und wir können mit dem ASIN Extractor schnell und einfach die Varianten, also die drei Produkte in der Variante, einfach rauskopieren. Nun, jetzt haben wir natürlich noch keine Relevanz erhalten. Wir haben noch keine Werbung geschalten, aber was ist die grobe Grundidee dahinter? Das möchte ich euch einmal ganz kurz näher bringen. Stellt euch vor, wir haben das Thema Geburtstagsdeko Einhorn. Also wir haben so einen gewissen Motivzusammenhang. Und dann können wir jetzt ja mit so einem Kühlpad uns nicht hier einfach mit Werbung reinsetzen. Das wird teuer, passt auch nicht. Ihr seht auch, hier ist eine gewisse Typgleichheit vorhanden am Ende des Tages. Gut, hier kommt mal noch so ein Röckchen mit dazwischen. Das soll uns jetzt nicht stören. Wir fokussieren also unsere Idee, wo wir einen Kaufzusammenhang präferieren wollen. Der muss nicht immer da sein. Ich sage mal so, wenn Kunden kauften auch oder Kunden haben auch gesehen schon da ist, dann solltet ihr da definitiv reingehen. Das geht natürlich im einfachsten Wege, wenn ihr auf das Listing geht und die Bereiche wird oft zusammengekauft. Vier Sterne mehr, verwandte Produkte und ähnliches direkt rauszieht. Kunden haben auch gesehen. Wenn Kunden schon so laufen, dann ist es natürlich geschenkt. Aber das ist ja nicht überall so. Wo können wir noch weitergehen? Wir könnten hier rauskopieren und sofort loslegen. Aber wie machen wir das im allgemeinen Bereich, wo wir wirklich über die SERP kommen? Über die Suchergebnisseite. Nun, wir gehen tatsächlich in den ASIN Extractor und schnappen uns die organischen Ergebnisse. Klicken hier einfach drauf. Und jetzt übertragen wir diese in unseren Bereich Produkte Umsatzverteilung. Okay, klickt man einfach drauf, gibt die hier oben ein, kann Varianten aktivieren. Ist ganz angenehm, um einen größeren Überblick zu haben. Drückt einfach auf Abschicken und dann erhaltet ihr eine Darstellung. Welche Artikel verkaufen sich am besten? Welche haben die höchsten Umsatzanteile? Und nun kommen ja die spannenden Faktoren. Wir wissen von der Grundidee, von der Grundintention, aber eigentlich ist uns das Sucholum hinter dem Begriff egal. Uns geht es um die typischen, vergleichbaren und ähnlichen Produkte. Wer möchte, macht das natürlich umständlich mit Brand Analytics oder versucht händisch jeden Tab zu öffnen. Mit der Extension habt ihr es einfach mit einem einzigen Klick. Und jetzt haben wir all die Produkte hier und können hier schon entscheiden, wollen wir dabei sein oder nicht. Ihr seht, hier innen ist das Pie-Chart, das Kuchendiagramm, das Kreisdiagramm nicht gefüllt. Das heißt, das sind alleinstehende, eigenständige Asens. Diese hier, ihr seht das schon, 12, 7, 8, 7, 6, 4, 1, 2, 3. Und das hier ist eine Variante mit mehreren Produkten zum Beispiel und dann sieht man das auch wunderbar. 8,27, 4,79, 3,78 hier diese Artikel. Okay, und jetzt wird es total einfach. Jetzt laden wir uns das Ganze einfach als Excel herunter. Ich habe das natürlich schon vorbereitet und ihr könnt sofort loslegen. Asens rauskopieren und Produktausrichtung starten für Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display Ads. Wer es noch genauer haben möchte, der legt sich, wenn er unbedingt will. Eine Tabelle da drüber. Ihr seht schon, keine Daten ist dann immer schon ein Anzeichen für Null oder nichts. Wer möchte, so zieht sich das dann hier absteigend. Die können wir weglassen. Da kommt nicht viel. Das sind die Summen durch die Umsortierung der jeweiligen Bereiche. Aber dann wissen wir ja schon, die hier werden es sein. Die gilt es dann einfach rauszukopieren und zu übertragen. Und das Spannende ist jetzt, dass ihr noch ein, zwei kleine Entscheidungen treffen könnt. Aber ihr müsst nicht. Aber das jetzt für die, die nicht so schnell arbeiten wollen, die ein bisschen noch tiefer gehen wollen. Fragt euch doch einfach, wenn ihr dieses Kuchendiagramm seht, welche Entscheidung ihr für Advertising treffen könnt. Und das Schöne ist, wenn wir sowas hier sehen, sehr breit aufgestellt, große Variantentiefe, viele Produkte haben einen hohen Anteil am Umsatz. Also viele Artikel und viele Varianten, dann gehen wir doch da breit rein. Da treffen wir gar keine Entscheidung, wen advertisen wir wie, sondern nehmen einfach alles, die ganze Liste und geben unser Advertising drauf. Die Vorteile, die werde ich euch gleich noch am Ende darstellen. Aber es kann ja auch sein, ihr kommt in so einen Bereich. Ein Produkt mit fast 40% des Anteils, eins mit 20, eins mit 15, eins mit 8. Dann könnt ihr natürlich diese wenigen Asins angreifen und habt auch wenig Variantentiefe. Da müsst ihr euch keinen Kopf machen, das sind die vier Produkte, da wollt ihr dabei sein. Heißt, hier könnten wir mit einem höheren Bit reingehen und können dort uns mit dem Wettbewerb messen und wollen dort gesehen werden. Weil wir haben ja in der Spitze hier in dem Beispiel nur vier Artikel. Bei einer breiten Variantentiefe, da müssen wir natürlich auch wieder fokussiert arbeiten und können dann natürlich entscheiden, ob wir sagen. Nun, wir nehmen nur so diese vier groben Hauptprodukte, 15%, 4, 4 und einmal 10%. Die wollen wir auf jeden Fall haben, da gehen wir auch mit höheren Geboten drauf. Die sind uns etwas wichtiger, weil sie die höhere Besucherfrequenz einfach mit sich bringen und den ganzen Rest breit angreifen. Auch gar kein Problem, direkt in der Excel können wir das ja sehen anhand der Verteilung. Oder ihr nehmt es hier direkt raus, denn ihr könnt ja dann auf die Asens sozusagen direkt zugreifen. Ihr seht sie ja hier, könnt ihr dann runterkopieren oder übertragen. Wenn ihr nochmal wollt, zeige ich euch natürlich ganz kurz. Wenn wir hier wirklich sagen, welche sind es diese, oder wollen wir gar nicht alle, sondern nur den Hauptverursacher der Umsatzanteile. Hier sind es vielleicht mal zwei. Im Bereich des Standalone nehmen wir noch die mit und dann sagen wir direkt, wir öffnen die über die Rückwärtssuche. Dann sind die Asens ja schon da. Der lädt jetzt natürlich ein bisschen, das ist ganz normal, einfach aufgrund der Datenvielfalt, die zustande kommen. Und dann kann man die sich hier oben zurechtlegen und kann sich noch Daten filtern, wie man möchte. Oder auch wieder, wie gerade eben, einfach runterladen. Und dann geht der neue Report auf mit all den verschiedenen Themen. Und hier oben, seht ihr schon, sind ja dann die Artikel da. Das Schöne hier, denkt an die Parents, dazu haben wir ja schon ein eigenes Video, auch Parents bitte mit angreifen. Ja, hier nochmal kurz der Download in der Übersicht, da kann man dann die Asens nochmal händisch nachziehen. Aber nun zu den Vorteilen, warum sollen wir das machen? Nun, fangen wir mal an, Stück für Stück. Meiner Meinung nach drei riesengroße Punkte. Erstens, ich benötige überhaupt keine Relevanz zum Keyword. Das ist ein Handtuch, ja, oder ein Insektenstichheiler, wie auch immer. Ich kann mich hier direkt positionieren, ich benötige nur einen Grundzusammenhang zum Produkt. Farbe, Tier drauf, manchmal reicht auch Advertising einfach, gerade in der Produktausrichtung. Da brauchst du nicht die Relevanz zu Worten, sondern wer die Ads schaltet und dann gezeigt wird, der gewinnt die Auktion. Also das Bit ist fast schon ein bisschen ursächlich für den Gesamterfolg der Sache. Und gar nicht das Verhältnis von Produkt und Wort zu anderem Produkt und Wort. Ja, das macht richtig, richtig Spaß und dann bist du dabei. Ihr seht das ja im Gesamtmarkt, ja, hier sind dann Tassen dabei, Sticker, Schmuck und halt auch das Kühlpad, ja, das matcht. Also ich benötige keine Relevanz zu den Keywords, wo all die Produkte ranken. Ja, das ist super. Und das hat einen zweiten Riesenvorteil. Wo kommt der Traffic all der Produkte her? Nun, das ist mir egal. Schwankungen bei Suchvolumen und gerade auch bei Klickpreisen auf Keyword-Ebene, die sind mir egal. Denn die Leute kaufen sich Traffic über die Serbs, die Suchergebnisseiten, unter ganz vielfältigsten Keywords. Und dann erst setze ich an mit meiner Produktpositionierung. Ich möchte auch gar niemanden irgendwie wehtun. Ja, das Einhornhandtuch, der darf das ruhig kaufen. Der soll nur mich zusätzlich kaufen. Ja, also wir denken hier den Angriff tatsächlich so clever, dass wir gar nicht in ein Angriffsszenario als eigenes gehen. Ja, können wir uns vorstellen, im Schmuck, wir haben keine eigenständigen Ketten, sondern nur Ringe, Ohrringe und Halsketten mit Anhänger. Dann ist mir ein Angriff eines Wettbewerbers, der nur Ketten 30, 60, 80 Zentimeter verkauft. Sogar egal. Der Kunde benutzt und kauft mein Produkt und sein Produkt. Alles super, damit können wir leben. Und die andere Situation ist auch bei externen Traffic und anderen Sachen, Newsletter, Marketing, etc. Der Wettbewerber pusht sein Produkt, füttert es mit Traffic und ich bin dabei. Ja, Produktausrichtungen sind für mich maximal unterschätzt und vor allem, seitdem wir mit diesen ganzen Kategorien nicht mehr arbeiten können. Also früher konntest du ein Produkt, eine Kategorie, nächste Variante, nächste Kategorie, als Wendor mehr Kategorien hinterlegen und hattest die Relevanz der kategoriespezifischen Keyword-Sets. Das ist mir jetzt in dem Moment egal, da ich ja die relevanten Produkte unter bestimmten Suchzusammenhängen aufgebaut habe. Und mich genau auf diese Produkte fokussiere, wo ich dann erscheinen möchte, ist es mir völlig egal, ob die in Papierkorb, Mülltrennsystem oder Küchenabfalleimer gelistet sind. Wo ich sonst massiv Probleme hätte, dort jeweils mit Advertising eine Relevanz zu erzeugen, wo auch die Kostenpunkte vielleicht viel, viel höher sind. Dort kann ich dann reingehen und da ist natürlich der ASIN Extractor und die Umsatzanteilanalyse einfach ein Geschenk. Sie helfen sofort und sie lösen drei absolute Kernprobleme. Wir müssen nicht mehr in einer spezifischen Kategorie sein, wir müssen nicht mehr auf Schwankungen von Keywords reagieren, wir müssen nicht mehr die Relevanz zu irgendwelchen Worten irgendwie herstellen, sondern wir passieren erst auf der Produktseite und wenn sich Leute teuer Traffic einkaufen oder Traffic hinschicken über ganz viele externe Maßnahmen, dann will ich da sein. Und das könnt ihr ab sofort selber und das macht richtig Spaß. Das sollen die Emma News gewesen sein zum Thema Advertising Angriff und wenn ihr in Zukunft informiert werden wollt über weitere Videos und kleine Tipps und Tricks wie diese, dann natürlich den Kanal abonnieren, die Glocke klicken und in diesem Fall ganz wichtig, ihr solltet natürlich die MLIS Browser Extension benutzen. Einfacher als mit dem ASIN Extractor geht es ja gar nicht mehr. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß.